Die Magie des Miyazaki. Lust auf mehr Infos? Dann holen Sie sich das neue Arte-Magazin. Im April mit der gefeierten Mafia-Serie. Im Angesicht des Verbrechens. Den Arte-Highlights und dem kompletten Arte-Programm. Damit Sie das Beste nicht verpassen. Morgen. Elora hat dich erwählt, ihr Hüter und Beschützer zu sein. Mich? Bring mir das Kind! Bring mir das Kind! Angesichts des Bösen. Du bist wirklich der Größte. Wenn das Baby stirbt, ist alle Hoffnung für die Zukunft verloren. Wächst ein Zwerg über sich hinaus. Willow. Morgen um 20.15 Uhr bei Arte. Und jetzt entdecken wir das Geheimnis der Wolken für unser Klima. Die Landung des ersten Menschen auf dem Mond hat unsere Wahrnehmung unwiderruflich verändert. Roger, Zero-G and I feel fine. Capsule is turning around. Oh, that view is tremendous. Erstmals konnten wir Mutter Erde aus der Ferne bewundern. Diese Aufnahmen machten uns bewusst, dass unser blau-weißer Planet ein einzigartiger Teil des Weltraums ist. Dank moderner Teleskope, die uns weit über unser Sonnensystem hinausblicken lassen, erkennen wir allmählich, dass unsere Welt zu einer stürmischen und dynamischen Galaxie gehört. Ein neuer Blickwinkel tut sich auf. Die Galaxie beeinflusst unser Klima auf eine Weise, die wir erst jetzt wirklich zu verstehen beginnen. Der dänische Physiker Henrik Svensmark arbeitet seit über einem Jahrzehnt an einer neuen Klima-Theorie, die unsere Sichtweise des Klimawandels verändern wird. Viele Prozesse in unserem Universum wirken sich mehr auf unser Leben aus, als wir uns je hätten träumen lassen. Wir begleiteten Svensmark bei seinem jahrelangen Kampf um Anerkennung. Seine Theorie, dass der derzeitige Klimawandel natürliche Ursachen haben könnte, ist in der Fachwelt stark umstritten. Tatsächlich haben Wolken und Wasserdampf den größten Einfluss auf den Treibhauseffekt. Das Geheimnis liegt in den ganz alltäglichen Wolken am Himmel. Während heutzutage überall von Kohlendioxid die Rede ist, ist der Klimawandel größtenteils auf die Wolken zurückzuführen. Das Geheimnis ist der Klimawandel größtenteils auf die Wolken. Ohne Wolken würde ein ganz anderes Klima herrschen und selbst kleinste Veränderungen der Wolkendichte beeinflussen unser Klima. Die Erforschung der Wolkenbildung ist daher elementar. Allein die Vorstellung, dass unser Klima auch von Vorgängen im Weltall gesteuert wird, ist überaus faszinierend. 2005 konnten wir experimentell nachweisen, dass die Sonne und die Galaxie unser Klima auf der Erde bestimmen. Doch keine Fachzeitschrift wollte unsere Arbeit veröffentlichen. Für mich und mein Team war das eine große Enttäuschung. Es ist immer dasselbe Problem. Neue Ideen sind in der Wissenschaft selten willkommen. Besonders ein junger, unbekannter Forscher, der eine radikal neue Theorie aufstellt, hat häufig große Schwierigkeiten, seine Arbeiten zu veröffentlichen. Bisher ist man davon ausgegangen, dass Wolken das Ergebnis des Klimas sind. Doch das Gegenteil ist der Fall. Das Klima ist das Ergebnis von Veränderungen der Wolkendichte. Der erste Hinweis darauf, dass Wolken wichtig für das Erdklima sein könnten, war eine Entdeckung meines Chefs, Aigilfries Christensen. Er stieß auf eine perfekte Korrelation zwischen der Sonnenaktivität und den Temperaturen auf der Erde. Die Übereinstimmung war so groß, dass jeder Zufall ausgeschlossen schien. Das hat mich motiviert, dieses Phänomen weiter zu erforschen und die Wolken in die Erklärung mit einzubeziehen. Usch die Wolken als Teil dieser Erklärung mit einzubringen. Musik Als wir unsere Ergebnisse 1991 veröffentlichten, galt vor allem der steigende Ausstoß der vom Menschen produzierten Treibhausgase wie CO2 als Ursache für die Klimaerwärmung der letzten 100 Jahre. Als die Fachwelt dann diese perfekte Korrelation zwischen der magnetischen Aktivität der Sonne und den Temperaturen sah, waren alle sehr überrascht. Es war offenkundig. Bei einer stärkeren magnetischen Aktivität der Sonne stiegen die Temperaturen auf der Erde. Musik Aber keiner wusste, was die Ursache für dieses Phänomen sein könnte. Wir wussten, dass die magnetische Aktivität der Sonne einen direkten oder indirekten Einfluss auf das Erdklima haben musste. Der genaue Mechanismus war jedoch ein echtes wissenschaftliches Rätsel, bis eines Tages jemand in meinem Büro auf kosmische Strahlung zu sprechen kam. Bei der Erwähnung der kosmischen Strahlung erinnerte ich mich sofort an ein Experiment, das wir in der Schule in einer sogenannten Wolkenkammer durchgeführt hatten. Diese Wolkenkammer war mit supergesättigter Luft gefüllt. Nun Schwebeteilchen hindurch entstand eine Kette von Tröpfchen, wie eine kleine Wolke. Mit diesem Bild im Kopf dachte ich, was, wenn kosmische Strahlung zur Bildung von Wolken führt? Und was, wenn die Sonne mit ihrem Magnetfeld die Wolkendichte auf der Erde beeinflussen kann? Dann hätten wir die perfekte Erklärung, wie die Sonne mithilfe der Wolken das Klima bestimmt. Kosmische Strahlung kann man nicht sehen oder fühlen, aber sie entsteht immer, wenn ein Stern bei einer Supernova-Explosion stirbt. Diese hochenergetischen, nuklearen Teilchen sausen beinahe mit Lichtgeschwindigkeit durch die Galaxie. Und treffen auch auf die Erde. Doch die Sonne beeinflusst, wie viele dieser Teilchen die Erdatmosphäre erreichen. Um herauszufinden, ob die kosmische Strahlung sich auf die Wolken auswirkt, begann ich, Daten auszuwerten. Ich sammelte Satellitendaten über die Wolkendichte in der Atmosphäre und verglich sie mit Daten zur Intensität der kosmischen Strahlung. Ich stieß auf eine perfekte Korrelation, deren Klarheit mich sehr überraschte. Die rote Kurve zeigt die unterschiedliche Intensität der kosmischen Strahlung und die blaue Kurve die Wolkendichte. Das heißt, dass die kosmische Strahlung das Klima auf der Erde beeinflusst. Und das ist faszinierend. Der Weltraum ist für uns also von direktem Belang. Das Magnetfeld der Sonne hat sich in den vergangenen 100 Jahren mehr als verdoppelt. Dadurch gelangte weniger kosmische Strahlung in die Atmosphäre und es bildeten sich weniger Wolken. Die Folge war eine stärkere Erderwärmung. Verstärkt sich das Magnetfeld der Sonne, wird die Erde von weniger kosmischen Teilchen getroffen. Dies bedeutet weniger kühlende Wolken. Bei einem schwachen Magnetfeld dagegen kann mehr kosmische Strahlung in die Atmosphäre eindringen und es entstehen mehr Wolken. So steuern Sonne und Sterne die Wolkenbildung auf der Erde. Der Dänis Svensmark vermutete, dass der Einfluss der kosmischen Strahlung von großer Bedeutung sein könnte. Er begründete dies mit der bemerkenswerten Korrelation zwischen der globalen Wolkendichte und der Intensität der kosmischen Strahlung. Sollte sich seine Vermutung als richtig herausstellen, wäre dieser Effekt genauso bedeutend wie der gegenwärtige Treibhauseffekt oder die Helligkeitsschwankung der Sonne. Natürlich muss sich erst noch zeigen, wie bedeutend dieser Effekt ist. Er trägt jedoch entscheidend zum Gesamtprozess bei und muss sehr sorgfältig untersucht werden. Dass die kosmische Strahlung die Wolkenbildung moduliert, ist derzeit die interessanteste Theorie. Die dänischen Forschungsergebnisse zeigen eine starke Korrelation zwischen der Wolkendichte und der kosmischen Strahlung, die wir seit rund 50 Jahren messen. Dies zeigt, wie wichtig das Magnetfeld der Sonne ist, innerhalb eines Zyklus und auch für die langfristigen Veränderungen der Sonnenaktivität. Wir wissen, dass sich das Magnetfeld der Sonne verstärkt hat. Die Sonnenaktivität hat sich in den vergangenen 100 Jahren verdoppelt. Die Sonne steuert die Intensität der kosmischen Strahlung durch ihre starken Magnetfelder. Je aktiver die Sonne ist, desto weniger kosmische Strahlung gelangt in die Erdatmosphäre. Und das führt zu einer Abnahme der Wolkendichte. Wenn sich Sven-Smarks Theorie als richtig erweist, wird das großen Einfluss auf die gesamte Klimadiskussion haben. Denn Wolken können das Klima wirksam verändern, indem sie die Sonnenstrahlung absorbieren, beziehungsweise ins All reflektieren. Jetzt kommt es darauf an, diesen Mechanismus zu verstehen. Ich denke, wir sollten das sehr ernst nehmen und weiter erforschen. Wenn wir unsere Ergebnisse in Birmingham präsentierten, waren die Reaktionen zu unserer großen Überraschung. Dabei hatten wir nichts weiter getan, als eine wissenschaftliche Arbeit vorzustellen, die zeigte, dass die Sonne großen Einfluss auf Wolkenbildung und Klima haben könnte. Es gab natürlich auch eine Reaktion vom Weltklimarat der Vereinten Nationen. Der damalige Vorsitzende, Bert Bolin, fand es unverantwortlich von uns zu behaupten, dass etwas anderes als CO2 die Ursache für den Klimawandel sein könnte. Die gesamte Fachwelt lehnte die Theorie ab, dass die Sonne einen entscheidenden Einfluss auf das Klima haben könnte. Für die Klimaforscher war das ein Affront. Mich haben diese Reaktionen sehr schockiert. Während der letzten 25 Jahre wurden alle Klimaschwankungen vor allem mit der CO2-Theorie erklärt. Aber die historischen Klimadaten bezeugen die Bedeutung der Sonne. Das kann man nicht ignorieren. Wir sind hier am Toten Meer und unterwegs zu einem Ort namens Nahal Perazim. Dort sind die regionalen Klimaschwankungen besonders gut zu erkennen. Viele Leute stellen sich die Sonne als einen stabilen Gasball vor, der sich nicht verändert. Das ist falsch. In Wirklichkeit kann die Sonne unterschiedlich aktiv sein. Diese dynamische Natur der Sonnenaktivität hat Einfluss auf den Sonnenwind und die kosmische Strahlung und damit auch auf das Klima hier auf der Erde. Die Klimaschwankungen der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte oder Jahrtausende können an vielen Orten der Welt rekonstruiert werden. Wir stehen hier direkt im Toten Meer. Vor 20.000 Jahren reichte der Wasserspiegel nämlich noch bis über meinen Kopf. Jedes Jahr lagerten sich am Boden des Sees Sedimente ab, die wir hier sehen können. Die dunklen Sedimente haben sich im Winter, die hellen im Sommer abgelagert. Und am Verhältnis lässt sich erkennen, ob das Wetter eher nass oder trocken war. Viele dieser Schwankungen lassen sich auf die Aktivität der Sonne zurückführen. Die Sonnenaktivität während dieser Jahrhunderte und Jahrtausende lässt sich mithilfe des Kohlenstoffisotops C14 rekonstruieren. Interessanterweise wird dieses C14-Isotop direkt durch die kosmische Strahlung gebildet. Und die Sonne steuert das Klima über die kosmische Strahlung und deren Einfluss auf die Wolkenbildung. Diese und andere Messwerte aus der ganzen Welt bestätigen uns, dass die Sonne das Klima bestimmt. Das sagt uns, dass die Sonne das Klima beherrscht. Das sagt uns, dass die Sonne das Klima beherrscht. Die Verbindung zwischen Sonnenaktivität und Klima ist nicht hypothetisch. Die Daten belegen, dass es bei erhöhter Sonnenaktivität auf der Erde wärmer war und umgekehrt. Vor 300 Jahren beispielsweise war die Sonnenaktivität ziemlich niedrig. Damals herrschte die kleine Eiszeit und es war an vielen Orten der Welt sehr kalt. Vor 1000 Jahren dagegen zeigte die Sonne dieselbe Aktivität wie heute und es war überall warm. Die Wikinger konnten ganz Grönland kartieren, weil die Nordküste des Landes nicht vereist war. Die meisten halten den CO2-Ausstoß für die Ursache. Doch die Erwärmung des 20. Jahrhunderts ist vor allem auf die Sonne zurückzuführen. Musik Musik Vom Weltraum aus betrachtet sind 60 bis 70 Prozent unseres Planeten von Wolken bedeckt. Gelangt mehr kosmische Strahlung in die Atmosphäre, bilden sich mehr Wolken. Und bei abnehmender kosmischer Strahlung verringert sich die Wolkendichte. Musik Die Wolken sind also nicht das Ergebnis des Klimas, sondern das Klima ist eine Folge der Wolkendichte. Denn die Wolken werden von den Sternen gesteuert. Musik Was wir noch nicht wussten war, welche Art von Wolken die wir verringert haben, an diesem Zusammenspiel von kosmischer Strahlung und Wolkenbildung beteiligt war. Ich bekam die Möglichkeit, genau dies anhand von neuen Daten zu untersuchen. Nigel Marsh hat mich dabei unterstützt. Er hat mir geholfen, die Daten zu analysieren. Zu unserer großen Überraschung stellten wir fest, dass sich die kosmische Strahlung vor allem auf die tieferen Wolken auszuwirken schien. Das passte sehr gut zu unserer Theorie. Als das Ergebnis vorlag, sah ich, dass die Korrelation viel eindeutiger war als erwartet. Bei weniger Wolken in den tieferen Schichten steigt die Temperatur am Boden. Interessanterweise zeigen die jüngsten Ergebnisse, dass nur die unteren Wolkenschichten beeinflusst werden. Bislang gibt es noch keine Erklärung dafür. Dieser Mechanismus muss weiter erforscht werden. Die unteren Wolkenschichten haben maßgeblichen Anteil am Kühleffekt. Die tieferen Wolken sind so wichtig, weil sie viel Sonnenlicht zurück ins All werfen. Wir alle kennen von Flugreisen diese eintönigen Wolkenlandschaften über den Meeren. Sie sind weiß, weil sie das Sonnenlicht zurück in den Weltraum reflektieren. Wenn sich die Dichte der unteren Wolkenschichten verringert, erwärmt sich die Erdoberfläche also stärker. Dies bedeutet, dass die tieferen Wolken eine stark kühlende Wirkung auf das Erdklima haben. Mehr Wolken in den unteren Schichten bewirken ein kälteres Klima. Weniger kosmische Strahlung bedeutet weniger tiefe Wolken und damit eine Erwärmung der Erde. Ich erfuhr erstmals von Henrik Svensmarks Arbeit, als wir uns mit der Frage beschäftigten, wie Aerosolpartikel, winzig kleine Schwebeteilchen in der Erdatmosphäre entstehen. Das ist wichtig, weil alle Wolken mithilfe von Aerosolpartikeln gebildet werden. Wir haben bei unserer Arbeit herausgefunden und können tatsächlich auch beweisen, dass die galaktische kosmische Strahlung in der Lage ist, die Aerosolpartikel oder Schwebeteilchen im untersten Teil der Atmosphäre zu modulieren. Und somit auch die untere Wolkenschicht, die wiederum eine kühlende Wirkung auf die Erde hat. Was wir noch nicht wissen, ist, wie und warum diese Partikel entstehen. Und hier kommt die kosmische Strahlung ins Spiel. Denn diese erzeugt beim Eintritt in die Erdatmosphäre kleine Ionen. Und diese elektrisch geladenen Atome tragen vermutlich zur Bildung der Aerosolpartikel in der Erdatmosphäre bei. Die meisten Menschen glauben, da es Wasser in der Atmosphäre gibt, muss es automatisch auch Wolken geben. Doch das stimmt nicht. Wolken können sich in unserer Atmosphäre normalerweise nur bilden, wenn sich Wasserdampf an Aerosolpartikeln anlagert. Jedes Wolkentröpfchen benötigt einen solchen Kondensationskern. Alle Wolken entstehen also aus Aerosolpartikeln. Deswegen ist es so wichtig, alles über diese Partikel herauszufinden. Sonst werden wir die Wolkenbildung nie verstehen. In der Wissenschaft reicht eine gute Theorie allein nicht aus. Man muss diese durch Experimente untermauern. Ich wollte in einem Experiment die Verbindung zwischen kosmischer Strahlung, Aerosolteilchen und Wolkenbildung nachweisen. Ich möchte über kosmische Strahlung sprechen. Das sind hochenergetische Teilchen, die in die Erdatmosphäre eindringen und von uns messbar sind. Wie Sie sehen, gelangt bei erhöhter Sonnenaktivität weniger kosmische Strahlung in die Atmosphäre. Das liegt an dem sehr starken Magnetfeld der Sonne, das es den Partikeln aus dem Weltraum erschwert, in das Sonnensystem einzudringen. Es scheint also eine Korrelation zwischen Schwankungen der Sonnenaktivität und Klimaveränderungen zu geben. Was wir jetzt brauchen, ist ein experimenteller Beweis für diese Verbindung. Und glücklicherweise könnte ein solches Experiment bald stattfinden. Dieses Experiment geht von vollkommen falschen Voraussetzungen aus und zeugt von absoluter Unkenntnis der Prozesse der Wolkenbildung. Das Experiment ist fehlgeplant und wird daran gar nichts über die Vorgänge in der Atmosphäre aussagen. Ich bin da völlig anderer Meinung. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind Experten für Aerosolpartikel und atmosphärische Chemie und wissen, was sie tun. Ich weiß, dass sie ihnen widersprechen würden. Natürlich gibt es unterschiedliche Sichtweisen, aber ihre ist sicher sehr extrem. Es ist wahr, es gibt verschiedene Voraussetzungen, aber Sie sind extrem, würde ich sagen. Bei meinen Vorträgen passiert es häufig, dass manche Zuhörer sehr aufgeregt sind und meine Arbeit als Zeitverschwendung bezeichnen. Haben Sie mein Buch gelesen? Ich weiß davon. Dann sollten Sie nicht mit mir über Wolkenphysik streiten. Nein, Sie sind wirklich vollkommen auf dem Holzweg. Aus wissenschaftlicher Sicht wurde bis jetzt kein einziges Argument vorgebracht, das mich von meiner Theorie abbringen könnte. Was ist der Sinn dieses Experiments? Es wurden mehrere Abhandlungen darüber geschrieben, wo die Kondensationskerne herkommen und wie sie entstehen. Das nicht. Dann sollten die mal die Fachliteratur lesen. Ich hatte beschlossen, in Kopenhagen ein Experiment durchzuführen, das zeigen sollte, ob meine Theorie richtig oder falsch war. Leider erwies sich das Ganze als weitaus schwieriger als gedacht. Anfangs hatten wir überhaupt keine Mittel. Aber ich gab nicht auf und hoffte weiter auf Fördergelder. Die Vorbereitung des Experiments und die Mittelbeschaffung haben fast vier Jahre in Anspruch genommen. Mit diesem Experiment möchten wir mehr über die Rolle der kosmischen Strahlung herausfinden. Letztendlich werden wir in der Lage sein, die Prozesse nachzuahmen, die in der echten Atmosphäre ablaufen. Diese Kammer ist so konstruiert, dass sich die Ionen darin steuern lassen. So können wir erstmals zeigen, wie wichtig Ionen für die Bildung neuer Aerosolpartikel und damit auch neuer Wolken sind. Zweck dieses Experiments ist es, mehr über die Ursache dieser Korrelation zwischen Sonnenaktivität und dem Klima auf der Erde herauszufinden. All die politischen Diskussionen um die globale Erwärmung sind unwesentlich für die Wissenschaft. Das Experiment, das wir durchführen werden, ist notwendig, weil es unser Wissen über einen der wichtigsten Prozesse in der Erdatmosphäre erweitert. Die Wolkenbildung. Ich habe mich für das Thema interessiert, weil ein Kollege aus Deutschland mich fragte, wie sich Supernovae auf das Leben auf der Erde auswirken. Ich wollte ihm eine umfassende Antwort geben und bei Durchsicht der Literatur stieß ich dann auf Henrik Svensmarks Arbeiten über kosmische Strahlung und Wolkendichte. Mir wurde bewusst, wenn seine Hypothese richtig war, dass die kosmische Strahlung das Klima beeinflusst, würden nicht nur Schwankungen der Sonne, sondern der gesamten Milchstraße einen Einfluss auf das Erdklima haben. Ich habe mich schon als Kind sehr für Astronomie interessiert. Deswegen bin ich Astronom geworden. Als Junge bewunderte ich oft die Milchstraße. Man brauchte nur in die Dunkelheit hinauszutreten, um diese wunderschöne Galaxie zu sehen, zu der wir gehören und in der wir leben. Sie ist ein Teil von uns und sie beeinflusst uns. Sie steuert das Klima hier auf der Erde und muss berücksichtigt werden, wenn wir die Klimaschwankungen der Vergangenheit verstehen wollen. Die Milchstraße scheint so weit entfernt, aber wir sind ein Teil von ihr. Und die Verbindung zwischen ihr und uns ist die kosmische Strahlung. Das Sonnensystem durchquert immer wieder die Spiralarme der Galaxie. In diesen Regionen entstehen neue Sterne, auch sogenannte schwere Sterne, die nur sehr kurz existieren und als Supernovae explodieren. Die kosmische Strahlung nimmt also beim Passieren eines Spiralarms zu. Wenn man die Milchstraße von oben betrachtet, sieht man vier Spiralarme, denn die Milchstraße ist eine Spiralgalaxie. Wir befinden uns hier auf einem kleineren Arm. Die Erde umkreist in einem Jahr einmal die Sonne. Das gesamte Sonnensystem umkreist im Laufe von 250 Millionen Jahren einmal das Zentrum der Milchstraße. Das ist dann ein galaktisches Jahr. Wenn wir alle 150 Millionen Jahre einen Spiralarmen passieren, sinken die Temperaturen um 5 bis 10 Grad, während es außerhalb der Spiralarme heiß ist. Daher erleben wir auf diesen kleinen Armen im Moment kaltes Wetter. Während wir durch einen Spiralarm der Galaxie fliegen, gelangt mehr kosmische Strahlung auf die Erde. Dies bedeutet eine erhöhte atmosphärische Ionisation, mehr Kondensationskerne und damit mehr Wolken in tieferen Schichten. Oder genauer gesagt, weißere Wolken, die das Sonnenlicht besser reflektieren und die Erde kühlen. Wenn wir einen Spiralarmen passieren, müssen wir also mit niedrigeren Temperaturen rechnen. Vor 100 Millionen Jahren gehörten diese Klippen zum Boden eines warmen Ozeans. Damals befand sich die Erde zwischen zwei Spiralarmen. Überall auf der Erde war es viel wärmer. Die Dinosaurier sonnten sich sogar in Alaska und in der Antarktis. Vor rund 70 Millionen Jahren begannen wir, den Sagittarius-Spiralarm zu durchqueren. Durch die vielen Sterne um uns herum war die Erde plötzlich einem erhöhten kosmischen Strahlenfluss ausgesetzt. Dies führte zu einer verstärkten Wolkenbildung und einem kälteren Klima auf der Erde. Später bildeten sich Eisschichten, die wie Bulldozer diese Klippen aus dem Wasser schoben und eine wellige Landschaft schufen. Diese Klippen sind also in einer Warmzeit entstanden und dann während unserer heutigen Eiszeit in die Höhe gehoben worden. Für viele mag es seltsam klingen, wenn ich von unserer heutigen Eiszeit spreche. Langfristig gesehen hat es jedoch während eines Großteils der Erdgeschichte überhaupt keine Eisschichten gegeben. Vor 450 Millionen Jahren war es auf der Erde sehr kalt, aber der CO2-Gehalt der Atmosphäre war zehnmal höher. CO2 konnte also zumindest damals kein maßgeblicher Klimatreiber sein. In diesem zeitlichen Rahmen ist der Klimawandel viel dramatischer als alle Schwankungen im Laufe der Menschheitsgeschichte. Zwischen zwei Spiralarmen durchlebt die Erde eine Warmzeit, in der das gesamte Eis schmilzt. Durchquert die Erde dagegen einen Spiralarmen, ist sie zur Hälfte mit Eis bedeckt. Diese Klimaschwankungen sind also viel dramatischer als alles, was wir in jüngster Zeit erlebt haben. Während der letzten Jahrmilliarde hat die Erde immer wieder Eis- und Warmzeiten durchgemacht. Und siehe da, die Eiszeiten fallen jeweils mit den Perioden zusammen, in denen wir gemäß den astronomischen Daten die Spiralarme der Galaxie durchquert haben. Ich fand heraus, dass man den kosmischen Strahlenfluss rekonstruieren kann. Und zwar mit Hilfe solcher Eisenmeteoriten. Diese Bruchstücke von Asteroiden registrieren den kosmischen Strahlenfluss im Sonnensystem über hunderte von Millionen Jahren hinweg. Die Veränderungen der kosmischen Strahlung entsprechen den astronomischen Berechnungen und korrelieren mit den Klimaschwankungen, die sich anhand geologischer Daten rekonstruieren lassen. Ich habe mich schon immer mit Umweltfragen beschäftigt. Zu den wichtigsten Themen gehörten natürlich der Klimawandel und die Schwankungen der Meerestemperatur. Wir arbeiteten damals mit solchen Fossilien, Brachiopoden genannt. Diese Muscheln dokumentieren frühere Wassertemperaturen, denn ihr Gehäuse enthält Sauerstoffatome. Misst man nun diesen Sauerstoffanteil, kann man feststellen, welche Temperatur die Meere in der Vergangenheit hatten. Und damit Aussagen zur Temperatur auf der Erde und zum Klima treffen. Auf diese Weise lässt sich die Temperatur der Ozeane in den letzten 500 Millionen Jahren bestimmen. Ich schaute mir die Ergebnisse an und stellte fest, dass es einige Temperaturschwankungen gegeben hatte, die ziemlich genau mit den geologischen Daten zum damaligen Klima übereinstimmten. Die statistische Auswertung der Daten ergab eine Periodizität von gut 140 Millionen Jahren, mit der sich Warm- und Eiszeiten abwechseln. Ich nahm an, dass die Ursache für diese ungefähre Periodizität irgendwo am Himmel lag. Ich forschte nach, konnte aber nichts finden. Schließlich gab ich auf, ohne eine Erklärung gefunden zu haben. Jan Weiser war es gelungen, die Temperaturen anhand von geochemischen Daten zu rekonstruieren. Im Unterschied zu meiner Arbeit hatte er die Temperaturen exakt ermittelt und wusste genau, wie warm oder wie kalt es gewesen war. Ich schickte ihm also eine E-Mail. Eines Abends saß ich in meinem Büro und arbeitete, als plötzlich eine E-Mail von Nir Shaviv eintraf. Er schrieb, ich habe vielleicht eine Erklärung für Sie. Er erzählte mir, dass er sich mit den Schwankungen des kosmischen Strahlenflusses in ungefähr demselben Zeitraum wie wir beschäftigte. Und die Strahlungsmenge, die innerhalb dieser Zeit in die Erdatmosphäre gelangte, mehr oder weniger mit den von uns beobachteten Klimaschwankungen übereinstimmte. Jan Weiser und ich stellten in unserer Zusammenarbeit fest, dass es auf der Erde 5 bis 10 Grad kälter war, während die Erde einen Spiralarm der Galaxie durchquerte. Niemand vor uns hatte das herausgefunden und wir waren sehr überrascht. Das bedeutet, dass die kosmische Strahlung auf der Erde der wichtigste Klimatreiber ist, zumindest was das historische Klima betrifft. Und die einzige Erklärung hierfür ist Sven Smarks Theorie von der Wolkenbildung. Vergleicht man die geologischen mit den astronomischen Daten, ergibt sich dieses Bild. Beide Diagramme zeigen dasselbe Ergebnis. Die schwarze Kurve ist die geologische Rekonstruktion der Temperatur auf der Erde auf der Basis von Jan Weisers geochemischen Daten. Die rote Kurve zeigt die Schwankungen des kosmischen Strahlenflusses. Legt man beide Kurven übereinander, korrelieren sie stark miteinander. Das ist statistisch bedeutsam. Aber dazu braucht es keine Statistik. Sie können das leicht selbst erkennen. Es wurde immer wieder behauptet, dass die Sonne mit der Erderwärmung der letzten 20 bis 40 Jahre nichts zu tun habe. Betrachtet man jedoch die Meeresdaten, zeigt sich eine große Übereinstimmung zwischen Temperatur und Sonnenaktivität. Das hier ist die Meerestemperatur bis zu einer Tiefe von rund 50 Metern. Im Vergleich mit der roten Kurve ergibt sich eine starke Übereinstimmung. Und die rote Kurve zeigt die Schwankungen der kosmischen Strahlung in demselben Zeitraum. Das bedeutet, dass die Sonne die Temperaturen steuert. Sie hat das in der Vergangenheit getan, sie tut es heute und wird es auch in Zukunft tun. Das Experiment, das derzeit in Kopenhagen läuft, ist von großer Bedeutung. Denn im Erfolgsfall wird es viel Licht auf die physikalische Ursache der Verbindung zwischen kosmischer Strahlung und Klima werfen. Dies wäre das letzte Puzzleteil, das unser Bild vervollständigen würde. So ein Experiment führt ja nicht nur zu einem einzigen Ergebnis, sondern zu sehr, sehr vielen. Und wir haben viele Experimente durchgeführt, um sicherzustellen, dass alles mit unserer Interpretation übereinstimmt. Die Ergebnisse des Experiments? Wir werden hinterher hoffentlich genau wissen, wie die Sonne das Klima beeinflusst, wie sie die kosmische Strahlung moduliert und wie die kosmische Strahlung die Ionisation und die Ionisation das Klima steuert. Höchstwahrscheinlich durch Wolkenbildung. Es ist sehr interessant, nach fast acht Jahren Arbeit endlich die Möglichkeit zu haben, die Ergebnisse dieser Experimente auszuwerten. Allein die Vorbereitungen haben fast ein Jahr in Anspruch genommen. Und man springt auch nicht plötzlich auf und ruft, hurra, wir haben unser Ergebnis. In Wirklichkeit ist das alles harte Arbeit. Während eines Experiments gibt es immer Unsicherheiten, weil man ständig zweifelt, ob man alles richtig gemacht hat. Aber wir sind sehr sorgfältig vorgegangen und haben zahlreiche Tests durchgeführt. Ich bin überzeugt davon, dass wir einen sehr wichtigen Mechanismus entdeckt haben, dessen Funktionsweise für uns eine große Überraschung war. Wenn wir einen erhöhten kosmischen Strahlenfluss simulieren, werden in der Kammer mehr Aerosolteilchen produziert. Dies bedeutet, dass kosmische Strahlung Aerosolpartikel erzeugt. Und diese Schwebeteilchen spielen in der echten Atmosphäre eine wichtige Rolle bei der Wolkenbildung. Wir haben durch unsere Experimente eine neue Form der atmosphärischen Chemie entdeckt, die für die Entstehung neuer Aerosolpartikel und damit für die Wolkenbildung verantwortlich ist. Dies zeigt, dass unser Klima hier auf der Erde in weit grösserem Maße als bisher angenommen, durch Ereignisse im Universum bestimmt wird. Der Räume ist gut. Ja, ja, der geht nicht. Ein großer Teil der Wolken am Himmel ist Ergebnis des Prozesses, den wir in unseren Experimenten erforscht haben. Aber natürlich müssen wir jetzt abwarten, wie die Fachwelt unsere Arbeit aufnehmen wird. Aber ich denke, wir haben unsere Sache gut gemacht. Und ich bin mit der Arbeit des Teams sehr zufrieden. Dies ist der Höhepunkt unserer jahrelangen Arbeit und ein großer Erfolg. Wir dachten, wir hätten einen echten wissenschaftlichen Durchbruch erzielt, als wir herausfanden, wie die kosmische Strahlung die Wolkenbildung auf der Erde und damit das Klima beeinflusst. Doch aus irgendeinem Grund konnten wir unsere Arbeit nicht veröffentlichen. Wir haben sie viermal an verschiedene Fachzeitschriften geschickt, aber niemand wollte unsere Ergebnisse veröffentlichen. Henrik Svensmark und sein Team hatten sehr gute Ergebnisse vorzuweisen. Und ich dachte, dass man diese sofort veröffentlichen würde. Stattdessen dauerte es 16 Monate. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die gesamte Fachwelt und insbesondere die Klimaforscher, die den anthropogenen Treibhauseffekt unterstützen, nicht akzeptieren können, dass diese neue Theorie nach den zahlreichen empirischen Beweisen nun auch experimentell bewiesen ist. Das Frustrierende an dieser ablehnenden Reaktion war, dass es keine wirkliche Kritik gab. Es gab keinerlei echte Kritik an unserer Theorie und das machte diese Zurückweisung noch frustrierender. Das war sogar noch frustrierender.